Der Pedal, der rechts, ist für das Muster. Wenn ich runterkomme, sendt sich der Laden und die regelmässigen Abstände kommen jetzt die Fäden auf und die vorgegeben sind von der Lokal. Sie sind leider dunkel, aber wir sollten es von der Sonne her sehen. Jetzt muss ich die hier unten durchschieben. Dann mache ich mit dem so eine Dosenzüge. Das war jetzt ein halber Stich. Beim Webstuhl kann man nicht unten auf das Boden, ich komme hin und her. Also pro Stich kann ich zur Arbeit geben. Ich nehme nochmal den Zucker und überschrieren. So, das war jetzt der erste Stich. Hier sehen wir einen schönen, aber wenn ich daran ziehe, geht der auf. Der hält jetzt so noch nicht. Jetzt muss man jedes Mal einen Zwischenschuss ausmachen mit einem Schiff, das heisst Webben. Schüsst den Faden durch. Dann werden wir gleich auf die Fäden drücken. Jetzt ist der erste Stich fertig. Jetzt kommt ihr mit dem Zwang. Einmal auf und raus. Einmal unten drücken. Malher drücken. Das ist ein Zeichen für die letzten steifte Muster. Wie Sie sehen, hat es vorher ganz komplizierte Muster gegeben. Das war der Weber vor.